Hallo und Willkommen zu Let's Play FIFA 16 Ey, wie lange will ich das jetzt hier machen? Ja, so lange will ich das hier machen Ich beenden wollen Ich will es mir eigentlich ein Finale spielen Ja, also Und ihr fragt euch, wieso es steht, warte mal Es muss nach oben Wieso steht hier 3, 2, 4, 5 und sowas Ja, ist egal, aber Mr. Mank Wir wollten mal gut hinschreiben, aber es hat nicht mehr gereicht Darum, ja, denken wir einfach, warum wir das einfach gemacht haben Ich habe noch kein Glück in den Zahlen, warum ist das so? So, American Challenge Cup Aua Ich will mir den letzten American Challenge Cup Warte Wieso? Hä? Nein Was redest du da? Ey, was wird Teddy im Krankenhaus? Hey! Du kannst nicht Teddy reinmachen, er ist im Krankenhaus Ey, ich wäre verletzt, was machst du da? Was machen wir sonst? Schwer Ja, bis wir die Liga verstört haben Ja, es gibt noch Ja, okay, wir machen das Europa Europa Cup Puh Emanu ist wieder drin Es gibt noch ein Europa oder dem Spiel Keine Ahnung Emanu ist wieder drin Im letzten Spiel Im letzten Spiel Im letzten Spiel Wollte Emanu ja Kaputt Rot Geld Geld Brot Ich glaube, er hat so heftig gefallen, dass sein Fluss kaputt gegangen ist Kann nicht sein Kann nicht sein Geld damit sein Da Wo ist Sonic überhaupt? Sonic? Achso, da ist der Ducky raus Ducky Hallo Wow Oh, zum Glück hat er kein Rot mehr gekriegt So ein Gefühl auf der Trinkel Lass ihn noch in Obermian vorne weg Obermian Hier, Obermian Magu? Ich bin auf Reus, aber auch mit der Trinkel Ja, tschüss Reus Tagman Tagman als Ersatz Für 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 Reus Ja, okay Oma, Bilian Du hast dich rausgemacht Oh, ich dachte immer, er kommt nicht Oh, doch, er kommt Für Ich dachte, für Pizza Ich dachte, für Pizza Ich dachte, für Pizza Ja Brabus, da steht's doch Ja, da steht's doch Ja, da steht's doch Was machst du? Zum Glück nicht, Bodenmann Ist da drin Oh, gibt's was vergessen? Nein! Machst du die ganze Zeit Nein! Wieso nicht Bodenmann da rein? Mach ihn nicht rein! Mach nicht Bodenmann da rein! Nein! Nein! Ey Junge, lass es doch einfach! Lass es doch, das macht uns auch Das macht dich so Oh, zum Glück nicht Bodenmann, nein Ey, hä Hä Oh, zum Glück hat sie sich Bodenmann reingemacht Wo ist es? Drei Mann, das ist nicht Bodenmann Oh, Alter Oh, jetzt ist die Obermeer wieder weg Uh, du Uh, du Uh, du Endlich Bodenmann da rein Das macht ja nichts mehr Sinn Ey, wie ist das denn? Ja Lützlück nicht er hat nicht Bodenbein gefunden zu Glück hat er nicht Bodenbein gefunden es dauert wie lange denn das war dann lacht doch nicht einfach Bodenbein er hat nicht Bodenbein reingemacht er hat sie nicht gefunden zu Glück hat er nicht Bodenbein gefunden ich melke es noch nicht raus Alter jetzt lass uns auch wenn wir einfach eine Rechnung dann mach das Weiß auf meine Rechnung mach den Kupi raus nein, das ist weg ja mach den die Wallye soll drinbleiben Höhe zu Glück hat er nicht Bodenbein gefunden Höhe zu Glück ist Bodenbein nicht drin zum Glück ja und Bodenbein ist sofort schon leer wie kann das schon gehen er ist sofort leer wenn man ihn hat und Gott hier rennt ist er sofort leer wieso ist der immer der Leere wieso und Entschuldigung es gibt keine deutschen Challenge komm du kannst so den deutschen Pokal alle deutschen Challenge nach dem 4-5-1 jetzt sehen wir die Paris-Sage hohoho was ist er? bei ihnen sehen wir heute ein 4-5-1 Eis wird alles wieder über die Flüge gehen was machst du? ich bin schon hier vorne und jetzt muss ich wieder nach hinten teleportieren Eckstoß also was machst du? ey, ich hab gleich schon geallt ich muss draußen kurz gebraucht äh, 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 zu Glück ist nicht Wohnmannsring, ja ich hab drive plates hä, was machst! elf Meter oaa äh, äh die braucht aber nicht ich hab nicht gefällt der Turpel kann doch so ich... Ich soll verfahren Er macht den Weg ich bin教 trägt was machst du da deter lanter ermerzt wie ? oooh ein owar ein ein er die die aufpassen ob er mir ja er versucht aber auch eine unglaublich große die stadt obwohl er solche dinge immer wieder von jedem klatsch 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 gleich erstes das ging schnell ist Ich mach nichts. Er zeigt die gelben Karte. Und wie hat sie, der kriegt die perfekte Becken. Verwärts doch! Jetzt hör auf! Ich renne wirklich schneller. Ich renne wirklich schneller. Ich renne wirklich schneller. Du wirst nicht mehr schnell sein. Du verlierst mir doch das Spiel nur wegen dir. Du musst jetzt gehen mit mir kurz. Ich muss den Ball los. Mach doch, mach doch! Schöp mich nicht! Jano! Jano! Setz auf! Setz auf! Oh mein Gott! Dann geh nach da! Nein, ich krieg nur Geld! Er schießt mit, er schießt mit. Puh! Tschüss! Tschüss! Solle! Hallo! Achso, ich war oben. Hä? Wer ist denn überhaupt der Tor? Oh Gott! Keine Ahnung! Der ging einfach raus! Der ging einfach raus! Ich war nicht vor dir! Diesmal war ich 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 nicht vor dir! Was warst du? Was warst du? Du warst vor ihm! Ja, mach's doch! Aber! Junge, also guck mal hier! Ich bin hier! Ich renn! Ich renn! Renn! Hau! Und jetzt! Ich bin hier! Und zack! Ja, jetzt will ich nicht mal Aubameyang, ja? Ich war Aubameyang, aber meine Taten von Aubameyang sind weg! War Aubameyang... Hä? Der wechselt immer zwischen... Hä? Ich bin hier ja jetzt... Ich war... Magu! Aber... Nein, jetzt bin ich wieder Aubameyang! Hier, hier, hier! Ey, ey! Ich würd sagen, aus... Aubameyang, Aubameyang! Da werden sie zurückgepippen vor gegen Paris entschieden! Was? Oh! Hier ist Aubameyang! Aubameyang! Komm doch! Hallo! 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 Du! Ich wollte dir passen! Ich bin noch vorne! Ich bin noch vorne! Ich bin nach hinten! Ja, ich hab dir nach vorne gepasst! Was ist das? Weil du nach vorne gepasst hast! Was ist das? Jetzt könnt ihr die Flanke in den Schlafraum bringen! Gut mitgespielt! Ja! Ich bin... Das zeig ich! Ja! 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 Das könnt ihr jetzt free stoßen? Spooky, hey, ja, der hat... Einmal um den Feld ist er schon so tot. Andere, nur heile, heile. Aber heile. Mach Robotnik rein. Robotnik. Mach diesen Robotnik rein. Oberre Lange wird aufgewertet. Als... Na, all diesen Bänder. Spender, Spender. Bänder, hab ich gesagt. Ja, ich sag's dir. Was hast du? Hallo, wieder vorne. Geh verfahren. Wieso? Weil so viele Leute auf einmal gefolgt habe. Hallo, was ist zu... Ich komme. Okay, ich schau mal, wie der Geld... Ich hab schon Geld kassiert. Nein! Aua! Ich bin nicht schreif. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Gele... Gele... Was machst du? Hallo, ihr... Ja, ich bin hier. Ja... Hallo, was machst du? Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte gepassen. Das war und dabei... Jetzt müssen sie aufpassen. Hallo? Hallo? Chof, aber es geht weiter. Da ist ein... Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. ich dachte der geht an die Latte und jetzt der BVB schießt du ich bin hier und schießt ich hab kein Kreis getrückt und wieder ist auf der Post der ist glücklich schießt schießt endlich ist bleibt beim Unentschieden komm, geh da mal vorne, du! oh, ich war groß ich bin hier ich bin hier ich bin hier hier sein hier hier ja, du schießt ja, du schießt ja, du schießt ja, hallo, ich hab dir gepasst du hast nicht gepasst verdammt, ich hab mir gepasst ich wollte gepasst ich hab mir gepasst und wollte gepasst aber, was machst du? aber ich hab doch, ich hab doch ich hab doch, ich hab doch ich war es ich war es hä, du hast das Einkommen mit Husky gemacht ja, warte warte er schießt schon warte 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 Wir haben einen Spieler verloren! Wenn der Spieler mir eh was tut! Hä, ich hab doch so ne Macht! Okay, okay, okay! Was machst du? Geh weg, du! Shadow, der hat keinen Grund! Was sollst du mit ihm kackt mit ihm machen? Du bist gesenkt! Hallo! Aber was sollst du mit ihm machen? Bäh! 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 Du bist gesenkt! Ehe, ich geh nach vorne! Hallo! Da muss er hier schockt! Es war nix für mich. Es war nix. Hallo, was machst du? Da verlieren sie den Ball. Bester Torwart auf der Welt. Hier. Hier flieh doch den Ball hoch. Ey, Leute, warum? Was machst du? Nein. Ey, wegen euch bin ich jetzt hier oben. Ich komm jetzt. Nein, nein, nein. Was machst du? Gut. Hallo. Ich bin Shado. Ich bin Shado. Ich bin Shado. Ich bin Shado. Ich renne. Ich komme mit Shado jetzt. Hä? Jesus Kreis. Du bist der Torwart. Jesus Kreis. Jesus Kreis. Nein. Ich hab vier Hände gedrückt. Ich hab vier Hände gedrückt. Ich hab vier Hände gedrückt. Ich bin der Torwart. Ich bin der Torwart. Schieß. Hey, Frutte. Was machst du? Ich hab vier Hände gedrückt. Ich bin der Torwart. Ich hab vier Hände gedrückt. Wer war das gerade? Ich hab vier Hände gedrückt. Ich bin der Mann hier. Oh mein Gott. Ich hab vier Hände gedrückt. Ich hab vier Hände gedrückt. Und er muss behaupten. Ja, er hat mich gefoult. Ich kann nicht mehr leben. Oh, 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 oh. Ich bin hier. Ich hab vier Hände gedrückt. Okay, wir müssen elf Meter machen. Geil. Doch, natürlich. Was? Wir hoffen, dass wir überhaupt was rausgekommen. Wir kommen nicht weiter. Doch. Wer hat Spiele gesperrt? Für wen! Wer ist Spiele gesperrt? Brumpi! Lass es! Horted! 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 Wenn wir da reingehen, dann würde er... Warte, nein! Was willst du machen? Der wurde nicht vom Krankenhaus. Und wieso ist das nicht gespeichert? Wieso ist das nicht gespeichert? Wieso ist das nicht gespeichert? Warte, da ist immer noch im Krankenhaus. Nö, das muss man lassen. Die erste Saison für den Challenge Cup gesperrt ist. Das Haus muss bald operieren. Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, Birki ist da! Hey, Birki! Was hast du gesagt? Ja, was denkst du? Das ist wirklich, was Birki war. Hey! 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 Hiiii! Hiiii! Ich dachte, es ist wirklich... Hiiii! Du hast es verreißen, es ist wirklich... Hiiii! Ich dachte, es ist zwei, viele drei! Hiiii! Du bist wirklich... Hiiii! Reimann, Reimann! Ja! So was! Ha! Gibt du Leute? Der hat keine Aufbau, ey! Mach diesen Säck aus! Piss-Check! Wo ist Piss-Check? Der da wird rausgeworfen! Piss-Witz! Hey, Birkin! Hiiii! Du gefährlich, du gefährlich! Hiiii! Du gefährlich! Alle voll sind rot! Alle voll sind rot! Alle voll sind rot! Heyiii! Heyiii! Jetzt wird schon mal nur sechs Spieler und dann musste man einfach automatisch wir haben das Spiel aufgegeben weil es so viele roten Karten gab und keine Spieler mehr gab ich konnte nichts mehr machen, weil ich nicht mal so Bayern und weiß mal, weil äh, ja, da steht so Dortmund äh, Bayern hat aufgegeben weil es zu wenige Spiele auf dem Felz mehr gab und ich nicht rot gemacht habe Hiiii! Ja eben! Was hast du gemacht? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Das geht's einfach gut Was ist mit dir los? Das ist mein Bediener! Häh! So ist drei Minuten voll zu klein! Du machst gleich Immanuel kaputt! Wieso? Wieso macht er... Er war ich! Wieso machst du Immanuel kaputt? Hä? Das war Pace Er will Immanuel kaputt machen! Krieg den rot! Kaputt! Er macht irgendwie aggressiv Spieler! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Er kriegt doch rot! Er kriegt doch rot! Wenn er so weiter war Hallo! Das ist doch noch Nein! Du hast gepraced! Oh nein! Ich verpraced! Ey! Du hast mir den Ball geklaut! Er macht einfach nur! Ich schaue auf seine Ball! Wer ist das? Wer ist das? Wer war das? Hallo? Ich habe den Ball geklaut! Ich weiß auch nicht! Wieso hast du mir... Wieso hast du mir den Ball geklaut? Hä? Ich bin letztes Mal mir auch den Ball geklaut. Aber hast du... Okay, jetzt gleich ich dir wieder den Ball! Ach so, ich habe den Ball! Ich habe den Ball! Ich habe den Ball! Hä? Hä? Ja! Ja! Du was? Ich bin jetzt du! Wenn ich aus Versehen paulere bin, dann bin ich weg! Ja! Ich bin du! 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 Hallo! Nein! Was machst du? Hey! Du bist du selbst geklaut! Was machst du? Hey! 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 Hey, ihr gräle! Was machst du? Hey! Was hast du gemacht mit der Manuel? Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Du leistst die Kreditschule, dann ist er schon raus. Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Lauf, lof, lof! Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Der ist tot einfach! Du hast dich selbst einfach gekriegt! Und dann hast du selbst in einen Gegner gekriegt und dann sofort rot! Was machst du überhaupt? Und warum ist der Tor mit jemandem draußen? Was ist mit ihm los? Hat er Bier getrunken? Hä? Hat er Bier getrunken? Hallo! Mach doch! Keine große Aufgabe, dieser Fernschuss! Was machst du? Ich bin hier vorne! Was hast du gemacht? Ich war oben bei Milliarden! Ja, und? Ich dachte, du schießt zu mir! Hey! Tor soll ich nicht am Boden! Und Torwart! Oh! Das ist die Mann! Ich kann doch nicht retten! Ja, jetzt haben Sie den Ball vor! Das könnte der Gelegenheit werden! Torwart kommt raus und will alles hier regnen, obwohl der los ist. Torwart! Hallo! Hast du Bier getrunken? werden er er hat die wir haben wir gehen die er die Ich bin dich! Hallo! Junge, chill! Junge, chill! Nein! Was machst du? Jesus Christus! Was hast du eigentlich so gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich weiß es, ich hab noch abgeblüht! Ich weiß es, ich hab noch abgeblüht! Ich weiß es, da war grün oben und ich hab sogar... Ich hab... da war grün oben und ich hab warm! Das war grün! Aber da war grün oben! Da war wirklich grün oben, da war... Ja, da war auch grün oben! Da hab ich... Boah! Ich hab Kreuz gedrückt und... Jetzt passt! Ich hab... Nein! Hallo! Ich hab... Hallo! 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 Mach doch! Mach doch, sonst faul ich gleich! Du kannst sie nicht faulen! Doch, man kann nicht faulen! Mann! Hallo! Er steht hier wieder auf, ich bin bald! He! Jetzt muss ich doch mal... Oh, bei mir! Ich muss jetzt jemand anderes gehen! He! Junge, chill! Chill doch! Ihr kleinen Maus! Chill! He! Komm mal chill! 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 Hallo! Hallo! Was ist denn? Tschüss! Ich hab ihn kick kicked! Puh! Kann ich's gar nicht! Zum Glück! Zum Glück! Das ist schon in der... 20. Die Gute ist, dass du schon vom Spiel verwiesen worden! Ja, du hast dich selbst gefaulen, ey! Du hast dich selbst gefaulert! Jetzt! Jetzt! Schieß doch! Schieß! Das ist, jetzt geht er rein! Und es ist der Tor! Ey! Ich hab so... 非 sie получается. Du.. nicht unter… generally Termin... von durch быстро! Wenn! Neue… Wer! Beigelikle Autor! Leid auch! Wo… Zwei Tiro? Was hast du mit dem Mario getan? Du hast dich getötet! Wieso hast du dich selbst getötet? Hä? Du hast das Größte mit mir gefault. Ich hab gesagt, kannst du es schaffen. Und dann wieder hier! Oh! Ja! Und jetzt läuft sie! Die zweite Hälfte! Ach du, ich darfst mich schnell! Da, ich renne! Latsche! 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 Immer bei ihm! Richtig gut machen! So! Hallo! Brück jetzt! Brück jetzt! Wunderbar, wie er das macht! Ja, das war schön! Ein klassischer Treffer! Er kommt, den wir uns hier noch mal anschauen! Also! Ja, das fängt schon bei der Vorreinung an! Der Abschluss ist natürlich Abschluss! Wechseln! Wechseln! Du Junge! Du bist es! Hallo, Schieß! Ich komme! Jetzt! Du kommst! Darf ich mal jetzt? Ich komme jetzt! Ich bin nämlich gleich wieder! Zurufe! Was? Ich bin jetzt nicht auf dem Weg! Ich bin jetzt auf dem Weg! Der Baller war in jeden Fall! Ich bin jetzt auf dem Weg! Ich bin jetzt auf dem Weg! Jetzt bin ich jetzt auf dem Weg! Ich bin jetzt auf dem Weg! Geh's! Weil wir in Frage, gut, 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 aber jetzt ist es nicht gut. Das ist schon nicht gut. Dreh! Und warte. Ich geh jetzt, ich komm. Ich komm jetzt da. Und hier. Und jetzt hier. Erschießt, jetzt treffen sie. Aber sie liegen weiter deutlich zurück. 4-1 jetzt also. Wir sind hier erstens, weil er ist zur Musik, zur Stiftung. Und wir brauchen damit. Hanno, lass mich! Ich will auch auf Vobachten. Boah, endlich! Ey, ihr Schuhschauer! Alle... Ey! Hä, kannst du es drücken? Nein, du könntest doch einfach ein Rennen. Der ist doch reingerannt. Wie schlimm. Das ist jetzt also der Spielstand. Huuuuh! Abgekehrt! Meine Reise! Ganz, ganz harte Gangart. Hä? Dieses Foul zieht eine Karte nach sich. Ja! Ey, Leute! Wir müssen nur in den Glöcchen. Einfach kurze Werbung. Kurze Werbung. Kurze Werbung. Wir kommen gleich wieder. Die Elbe war gut. Ich bin ja auch richtig hier reingegangen. Das ist hier los. Eine kurze Pause. Können wir was essen jetzt? Warte, ihr kommt. Warte, ihr kommt. Ihr seid fertig mit dem Essen. Warte, ich werde nicht. Warte. Okay, tschüss, Leute. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.